ja ja trotzdem muss ich noch mal eben auf die toilette ja in sechs sie in sechs sekunden schaff ich das schon ich bin gleich wieder da ist gleich lascher geht's gleich also gestern war doch mit fahrzeugen oder habe ich das jetzt ja einstellen ich habe keine ahnung es scheint irgendwie keine da mach halt größer dann zocken wir mal konkurrenz oder so ja wenn dann auch kinder train von schimpft nicht wenn die runden so lange dauern ja ich habe auch die ganze zeit mit mit hier mit maschine jetzt immer gespielt aber es kann keine sau dazu kann man erinnern da war wieder weg nach ein paar minuten gestern war uns viele war es ja vorgestern vorgestern aber vorgestern war ohne fahrzeuge aber da hat man nicht bloß vorherrschaft da hat man team deathmatch so gut da bin ich wieder eine neue waffe alles hat es hatte die da auch team deathmatch gut luck admin schreibt gut luck und das ist geil ein reflex rotpunkt visier ein reflex rotpunkt visier kurz mal sehen was sie es gibt eine flex steuer oder eine flexi steuer ja das können sie sich in der haare ist nur die flexi steuer ja weißt du hör auf tunks dass die spritpreise immer gleich sind wenn der sprit günstig ist ihr wisst aber vaterstaat auf deutsch mehr dran wieso vaterstaat wer sagt denn dass der vaterstaat daran verdient das ist die flexi steuer ihr müsst mir geld überweisen ich bin so hohl ich wollte jetzt gerade hier an diesem balkon vorsprung wollte ich jetzt x gedrückt halten für ein booster pack wie bei no man's sky aber gut ja vielleicht wenn ich lang genug drücke vielleicht passiert es dann man weiß es ja nicht hör auf habe ich gesagt trunks du stress mich einmal man zweit mal nicht mehr so hier läuft doch einer jetzt kommt der leute rein hä? war doch einer was ist das denn hier? wieso leuchtet das hier? ach verdammt ich wollte es messern ey jeder will mich halt messern ey ich bin kein froh vom... seid doch froh dass es... seid doch froh dass es nur messern ist ach sascha deine gedankengänge oh nein oder... uah der geht zu uns tschuldigung Danone aua wer schießt auf mich alter lass das wem? wem? wem kicken? jordan alter was? uah hier oder was? marshal hat ja vier gott 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 der trunks alter trunks die trunks ja es ist in ordnung beim zweiten mal es wird alle einsatz ziel alpha echt? und schon wieder ja wieder ja ja er macht's ich habe es jetzt auch mal gemacht damit er bescheid weiß mal gucken ob er sich dran hält wieder ausschließen sehr schön ich habe ihn erstmal nur ausgeschlossen ne? wenn er wieder reinkommt und die scheiße macht die Zeug rein alter was? uah alter uah da kommst du durch die fensterscheibe rein da steht sie vielleicht einfach mal hinterm Busch können sich das ist widerlich hä? da hat doch grad einer gesnipert wo denn? was? wo? hä? ach da oben guck mal hier was ich für dich hab guck mal oah Züppelchen hör auf zu kämpfen was ist los bei dir heute? tja wenn ich dich rennen höre bleib ich stehen hör auf damit hab ich dir gesagt ach jetzt wieder so ja? mit der PDWR ach jetzt wieder so ach guck an aha jetzt hier nachmachen wollen so jaain x3 8 2 also hääääääääääää äääh Wart � wie viel spaß das wieder macht bei battlefield alter so viel glück hatte ich bei 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 call of duty nicht mal dass ich mal jemanden abgeschossen habe bei call of duty habe ich mal fresse gekriegt ja alte frauen das sind das ist eine ausreden das sind ausreden hier links läuft einer was soll das für eine scheiße ich schieß dreimal viermal in den rücken rein da bleib einfach mal stehen ja ich habe dich gehört ich habe dich außen rennen hören ich habe mir so ein turtle die netten in ja turtles hey jetzt kommen die miniaturtles immer auf der lauwe immer ein bisschen schlauer julius zimmering 83 grüße dich der trunks der geht mir ein bisschen auf den sender muss ich ganz ehrlich sehen der ist immer da wo ich bin der cheat doch hundertprozentig ich weiß es nicht so hallo und willkommen zu let's play live schon alle neuen zuschauer willkommen heute zu einer fleißigen runde bettel viel viel bottle bottle von vor allem wer schmeißt denn die rauchgranaten achso mit der zigarre so kann man es auch nennen hier lief doch gerade einer hier war doch gerade jemand hä wo ist er in verstehe ich nicht herhören einsatz ziel bravo wurde neutralisiert ja war es bestimmt du kommen so ehrlich ist sie da unten da auf der auf der ding steht sie wieder ne konsumer war es ha ich habe gedacht sie vielleicht nie was gelesen ich habe gerade dann ohne weg geholt dann ohne dann die sahne von dann ohne es schmeckt immer so gut dann die sahne von dann ohne wieso kommt er eigentlich nicht in der party ach so hallo dann die sahne von dann ohne weil ich höre ihn aber nicht ach so jetzt ganz leise ich bin ja entschuldige nein da lief einer verdammt fuck benutzt das geht es bestimmt mal sel hundertprozentig der schimmelt da hinter der ecke hundertprozentig ich hab's gewusst ich hab's gewusst nee war es hat sich ein eigenes medipack hingeliegt guck's dir an nein bin ich gar nicht stimmt nicht ich hoffe zu lügen das zählt nicht das zählt nicht ich hab grad hä was war das ein gelbes symbol rechts am bildschirm an das connecting probleme alter marschall alter wenn alter wenn die mir den kill schon wieder weg ich glaub's ja nicht in den rücken rein ach man sieht gar nicht wie viel munition man hat hardcore ne stimmt ja höhö dass die gegner laufen hallo mein freund wer steht da mit dem sniper na alles klar bei dir ja schmeißt du mal eine granate zeig ich dich doch renn doch nicht renn doch nicht weg bleibt doch hier Ihr kennt Oma, sterben jetzt wer. Der ist aus dem Fenster. Wer ist denn aus dem Fenster gesprungen oder wollte aus dem Fenster springen? Wer war denn das? Komm, jetzt seid ehrlich. Wer war es? Na komm. Ich war tot. Wer wollte denn aus dem Fenster springen und vor meiner Pistole flüchten? So, hier. Granate. So. Lalalalalala. Ich komme. Hallo. Hör auf, sowas macht man nicht. Das ist meine Flagge. Wer schmeißt denn da Granaten? Das kann ich auch. Warte. Wer war das? Ah, komm mal da unten. Hallo. Du greifst an. Nein, was? Ach komm. Dieser Thomas, alter. Der ist überall. Nein. Gibt's doch nicht. Hat die Uni nicht mehr erreicht. Da haben die Sahne. Da haben die Sahne. Alter, was? Ich spawne und direkt, ich spawne direkt in der Granate. Ja, läuft's wahrscheinlich. Ja. Hallo. Willkommen. wie loan. Herr Carlin. Zurück. Zurück. Zurück draußen. Zurück. 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 Zurück ist der Fall. Zurück. Zurück. Ja, ja, ein Pferd auf dem Flur. Es ist so hässlich. Da steht ein Pferd auf dem Flur. Ich wollte dir jetzt was sagen, aber ich wollte dir alles mit überbrauchen. Sach es? Sach es? Sprich es aus? Sprich es aus? Wer steht mit in deinem Weg? Geh weg, lass das. Nein, hör auf damit. In der DW hast du keine Chance, Schatz. Boah, Alter. Was? Das gibt's noch nicht. Wer hat denn die Granate gerade geschmissen? Finger hoch. Wer war das? Komm, lass das doch unfair. Ich stehe da in der Ecke und erschmeiße einfach eine Granate. Wahrscheinlich ist er trunk es wieder. Der Trunk-Trunk. Wahrscheinlich zu viel getrunken. Trunk-Trunk. Oh, scho-oh. Das, ähm... Das haben jetzt alle gehört. Das war ich nicht. Das wird nicht auf YouTube hochgeladen. Das wird rausgeschnitten. Da kommt einfach so ein Pupsound oder so. Oder so ein Piep. Piep. Oh, 26% hat er noch gehabt. Brachweb. Hä, wieso hab ich denn keine Granate mehr? Achso, hab ich schon weggeworfen, ne? Ich bin so schlau. Alter, diese Eiltrunks, ne? Wie der in der Ecke gammelt. Das gibt's gar nicht. Ja, euer Marshall auch hier. Ja, de Marshall auch. De Marshall auch. Aber weißt du, woher die Aussage? Ich bin kein Ossi. Aber de Marshall auch. Ich bin kein Sachse, hab ich gesagt. Genau, kein Sachse. Ich bin kein Sachse. Aber de Marshall auch. Achso. Da ist ein Knöpf. Da steht drauf an der Öff. So. Wer schießt denn auch wieder auf meine Freunde? Du? Wer ist hier noch jemand? Hier ist doch noch jemand. Hallo? Hallo? Nein, was? Alter, komm. Das ist unfair. Ich hab auf deinen Kollegen geschossen. Du hättest mich leben lassen müssen. Sei froh, dass ich dich nie gemessert habe. Er messert. Er messert, voll. Ich finde gut. Bin ich... Bin ich ein Freund von... Er messert, voll. Das, was nicht erlaubt ist. War nie. War nie. Ach. Nein, du läufst nirgendwo hin. Ah, Marshall, Mensch. Jetzt sei doch keine Püppi. Du Püppi. Püppi. Alter, was? Du mal, ja. Konsumer wieder mit seinen scheiß Claymores. Das gibt's gar nicht. Claymore-Konsumer. Könnte sich auch nennen. Das ist so... Jetzt weiß ich, was Zipfelleinchen meint. Ja? Oder Schnicke. Ja, ja. Weißt du, wenn du das nur in der Party hörst? Oh, Konsumer wieder. Oh. Jetzt weiß ich genau, was... Was sie meinten. Ich glaube, das wird mal wieder ein eindeutiges Ergebnis. Kann das sein? Zipfelleinchen ist bei C. Mann, halt doch's Maul, du scheiß Hände. Ich bin hier auf den Sack. Was? Ich dachte, du meinst jetzt... Ich dachte... Ich dachte, er meint jetzt mich? Halt's Maul! Nein. Bitte? Darf ich nicht sagen, wo deine Teamkollegen sind? Das ist unfair. Ich hab dich nicht gesehen durch die Fahne. Das zählt nicht. Also neutralisiert. Das ist mir egal. Das ist einer verschossen. So. Was weg ist, ist weg. Ist ein Problem weniger. Ja. Ein Problem weniger auf der Erde. Alter, wer Sniper... Wer Snipert vorhin? Wer Snipert da schon wieder? Irgendwo in der Ecke. Gammelt einer. Ja. Ganz heimlich aus dem Hintergrund. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Wieso auf mich? Warum immer auf mich? Ich mach... Alter. Alter, dieser Trunks. Wie macht... Wie macht der das? Headshot. Ich bin... Er war neben mir. Das geht überhaupt nicht. Wie hat der mir denn bitte einen Headshot verpasst, wenn er direkt neben mir steht? Aua. Wer... Alter, was? Alter. Uah, alter. Uah, uah. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn so. Alter, du bist so ein... Alter. Ich hasse ihn. Da ist doch wie so ein Pickel am Arsch. Der spawnt immer wieder. Ich hab mich im Flug getroffen. Das war so scheiße. Das geht gar nicht. Alter, der... Wer, 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 wer? Ach, hier! Natürlich! Natürlich! Ich schieße als erstes. Natürlich! Klar! Ist klar. Genau. Erstmal die Ace. Weißte? Astala Vista, baby. Weißte, was ich gleich auspack? Warte mal ab. Warte mal. Wie, 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 wie... Wie war denn das nochmal? Wie kann ich denn hier nochmal... Hä? Wie wechsle ich denn nochmal... Wie kann ich denn hier nochmal was auspacken? Wie kann ich denn hier... Wie kann ich denn nochmal was auspacken? Genau. So, warte mal. Ich packe mal jemand aus. Ja, ich mache jetzt die Hose auf. Mitteln im Stream. Willste sehen. Kannste zugucken, wenn du willst. Guck mal hier. So. Da. Ciao. Ja, das... Weißt du, bist du hinter mir? Da hängen jetzt nicht... Ey, ohne Spaß. Das müsstest du echt mal ausprobieren. Du müsstest einfach mal ein Green... Green Screen machen. Dich nackig davor stellen. Einfach mal den Pillemann grün anmalen. Mal gucken, was dann passiert. Das ist so geil. Da ist bestimmt der Pillemann... Der Pillemann ist bestimmt weg. Ich kriege Z-Pilzchen. Kann man diese bei Kron-Dinger nicht mehr rin verschließen? Doch, das geht. Das kann aber schießen. Wieso treffe ich ihn nicht? Ich weiß es nicht. Oder sie. Oder er. Oder es. Oder keine Ahnung. Alter. Ne, das geht nicht. Das gibt's doch nicht. Bei mir geht's. Komisch. Mit Raketenwerfer? Ne. Das ist doch unfassbar. Unfucking unfassbar. Ja, anfangen unfassbar. So, ich grille jetzt eben. Warte mal. So, ich hab Hunger auf Grillen. Pssst. Magst du mal kennenlernen? Ach, guck mal an. So geht das also auch. Ja, einfach mal irgendwo rumgammeln. Und dann so, hm, ne. Schießen wir mal die drei, die da vorbeilaufen. Ja, ja. Boah. So. Oh, wie sonst, ne? Ah, wie hast du das jetzt gemacht? Ich und C4, willst du mich rollen? Nein, 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 nein. Granada. Komm zurück. Komm sofort wieder her. Ja, ja, später vielleicht. So, warte mal. Ähm. Hm, hm, hm. Was? Fällt mir schon. Und ich hab dir schon mal gesagt, Es wird da nicht rumgegammelt. Ne? Ja, bloß das Gras gestimmt. Ja, ja, das Gras. Vor allem das Gras auf so Müllcontainersäcke oder keine Ahnung, was das auch immer sein soll. Das Gras gestimmt. Weißt du, mit dem Rasenmäher so. Was ist denn hier los? Kann ich mal richtig die Action abgehen? Oh, wie er weggeflogen ist, Alter. Meine Ahnung, das werde ich nachgeladen schliessen. Hm. So. Ja, war's ein bisschen schnell. Komm, das wollte ich schon immer machen. Warte doch mal, bevor die Runde zu Ende ist. Warte doch mal. Da ist schon wieder jemand durch meine Playmoke. Warte doch mal. Bevor die Runde zu Ende ist, wollte ich schon immer mal machen. Warte mal. Warte mal, wo bist'n? Hä? Hier war doch gerade einer. Was denn? Nein. Da lief, da lief gerade einer in den Büros rum. Der ist weg. Ich? Ach, Mann. Ach, komm. Na toll. Jetzt bin ich geflogen. Geht gleich weiter, ja. Bin ich jetzt geflogen? Nein, es geht gleich weiter. Ach so. Weil ich hab jemanden ge... Das liegt. Operation Spend, Alter. Oh, yeah. Deathmatch. Yeah. Jetzt hast du mal kurz den Deathmatch gemacht. Raketenwerfer. Weil das Problem war, das Finale war jetzt gewesen, ich hab den Raketenwerfer abgeschossen und da stand irgendwie ein blauer Mitspieler. Deswegen hab ich gedacht, ich hab den jetzt geflogen. Deswegen hab...